Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich hocke im Lift, wie ihr seht, Sessellift richtig chillig. Ich bin mit Manu wieder zu einem kleinen Roadtrip aufgebrochen. Ich habe eine Woche Urlaub und für uns geht es jetzt mal wieder in die Berge. Im Sommer muss das auf jeden Fall sein. Und unseren ersten Stop haben wir in Lackblau gemacht, da war ich auch noch nie in dem Bikepark. Der Manu war hier schon ein paar Mal und der hat gesagt, das ist echt geil. Und nach ein paar Runden sehe ich es jetzt genauso. Die La Roots macht echt Spaß und so langsam wird es filmbar. Deshalb habe ich jetzt mal die GoPro aus dem Auto geholt. Wir sind heute hier, heute ist Samstag und morgen am Sonntag fahren wir hier in Lackblau. Ich habe richtig Bock, macht jetzt schon richtig Spaß. Das Wetter ist gut und genau, ich würde sagen, es geht jetzt auf die Strecken. Der Holger ist auch noch dabei und ein paar ganz viele andere, die wir irgendwie kennen. Also richtig lästig. Wir campen heute Nacht hier auf dem Parkplatz und genau, für euch geht es jetzt auf die GoPro, auf ein paar Labs und ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich kenne aber keine Lines, gell? Das ist egal, ich auch nicht. Okay. Senni, boys. Wuh. Komm, schmal. Komm, schmal. Ah, da gibt's. Ah, Shortcut. 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 Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir fahren rot Oh Gott Ja, das stimmt 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 ja das ist schon amtlich die landung ist halt mega kurz okay das war jetzt easy bei dem nicht heute der gestörte ohne protektoren alter